so dann wollen wir mal hier ganz schnell und ganz super saftige demo von fifa 17 probieren hier mal gucken wie der scheißdreck so ist weil normalerweise bin ich so der fan von der fifa ich stehe so mehr auf pro evolution so nach 20.000 jahren kann man das hier endlich spielen alter und wir machen gleich mal den ton leiser werden wir alles mal um die hälfte hier reduzieren englisch bleibt ja neue futures anstoß komm alter wir probieren einfach mal klassisch können wir so lassen ja lass mal direkt so und dann probieren wir einfach mal wunderbar ja können wir auch so lassen spieleinstellung mal gucken was haben wir denn hier anfänger amateur halb profi gute frage wir können es ja mal auf halb profi lassen aber wie gesagt nicht wundern dann so geschwindigkeit normal kann auch alles so lassen naja komm probieren wir einfach mal kretscher zweitkampf blablabla schula na komm gleich starten hier hello everybody i'm martin taylor alongside me the familiar voice of alan smith Das ist immer noch so laut, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, der tauscht schon übelst runtergedreht, ey. Ja, ich denke mal, das können wir so lassen. Oh, erst mal klarkommen hier. Ah, okay. Erst mal rinkommen hier. Ah, komm, komm, komm. Jawoll. Geht doch. Sehr schön. So muss es sein. So spielemäßig von FIFA 16 und FIFA 17 Demo, ja, ist ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Also grafikmäßig hat sich das auf jeden Fall geändert, ja. Muss mal gucken, wie sich die Leute hier so verhalten auf dem Platz. Ah, mal schauen, mal schauen. Geht doch an, na. Bin zwar so mehr der Pro Evolution Zocker, aber schauen wir mal. Rinkucken kann man ja mal. Oh, einfach mal irgendwo hinballern, die Scheiße hier. Ah, komm. Ranna. Boah. Komm, komm, komm. Sehr schön. Naja, komm, ey. Erst mal, erst mal rinkommen hier. Oh, schießt doch, verdammt. Ah, scheiße. Das war kacke. Komm, ran, 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 ran. Geh doch da ran. Oh, ran, 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 verdammt. Sehr schön. Ach, weiter hier. Ha, Creature, geil. Oh, die Sau. Komm her. Oh. Hat er fein gemacht. Okay, wobei wir mal. Oh, komm. Oh, komm. Jawoll. Oh. Oh, fuck, ey. Komm, ran, hier, Leute. Oh, fuck, ey. Na, das war zu weit. Komm, 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 komm. Oh, ey. Oh, die gibt's nicht. Komm, mach deine... Oh, scheiße. Ne Flanke wäre zu geil gewesen. Komm, komm, komm. Na, toll, ey. Na, komm. Boah. Ey, was ist hier los, ey? Kann an die Buletten, da, ey. Boah. Boah. Ey, Röner, bist du behindert? Boah. Oh, super. Na, komm, schieß, Alter. Ah, ne, wird nicht mehr, scheiße. Na, komm, hier gleich weiter. Spiel fort jetzt. Los, jetzt. Okay. Kicken wir noch in den Ring kriegen, ja. Oh, komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Äh, wieder Scheiße. Oh, Mann. Oh, komm, 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 komm. E, Zama. Oh, Leute. Oh, Leute. Na, na, endlich, ey. Ja, aber komm, 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 komm. Oh, da steht kein Schwanz, ey. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Komm, ran da, verdammt. Ey, seid ihr dumm? Da hielt nicht einer ran, ey. Raus mit den Scheiß und los geht's hier. Äh, ist der Dreck, Sau. Hoppala. Scheiß auf die Gelbe, ey. Weg mit den Drecksball, ey. Drecksball. Komm, ran, na. Ey, ey, Alter, nicht so unfähig, Alter. Alter. Am Ziel vorbei. Äh, okay. Uff. Weiter hier. Alles klar, ey. Wieder Scheiß-Ecke, ey. Ich glaube, ich schwinde, hier. Na, wohl doch Zeit, Alter. Oh, fuck. Ja. Oh, der gibt's nicht, ey. Geh doch da ran, verdammt. Oh, ey. Ah, komm, ey. Lepp mich, Alter. Oh, wat war denn das? Oh, das gibt's nicht, ey. Oh, Mann. Was ein Scheiß, ey. Oh, Mann, Alter. Elfmeter schießen? Oh, Gott, ey. Ich wisse, hab ich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn ich wieder schießen, ey. Na, komm, prob ich ihn einfach mal. Weil da verkackt, ich das 100, 100 Prozent. Ich wisse, was vor in dos? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Na komm, wo schießt du hin? Na komm Oh, fuck Oh Oh, ey Ey, ich bin nur zu blöder, ey Er bewegt sich auch nicht, ey Oh, Mann Ey, fuck off, ey Eine scheiß Steuerung, ey Scheiß drauf, ey Auf jeden Fall haben wir noch mal reingekickt und Sehen wir uns jedenfalls auch in der nächsten Runde wieder Würge ich sagen, erst mal reingehauen Schreibt ruhig eure negativen Kommentare und Dislikes Wie gesagt, ich hab's probiert und mit miterschießen werden wir auch noch üben Den Rest auch Und dann schauen wir mal Also bis dann und reingehauen Und dann gehen wir auf jeden Fall bis dann und zu ein wir Untertitelung des ZDF, 2020